An meiner Seite befindet sich Brian Stern, der im Co-Main Event auf Alessio Zaccala treffen wird. Brian, vielen Dank für deine Zeit. Es ist die erste Mal, dass du außerhalb des US-Fahrts kämpfst. Wie fühlt es sich? Es fühlt sich gut an. Ich freue mich, dass ich andere Kulturen sehe. Die Fans hier sind sehr gut in der Schweiz. Es ist sehr spannend, dass es so schnell verkauft wird. Es ist sehr spannend. Du bist im Co-Main Event auf Alessio Zaccala. Was denkst du über ihn? Er ist ein guter Spieler. Er ist ein guter Spieler. Er hat immer eine gute Boxen. Er hat eine gute Boxen, eine gute Kickboxung und eine gute Jiu-Jitsu. Auf meinem Level, ich kenne nur die besten Leute. Ich möchte nicht match-ups, die einfachen Fights sind. Ich sage den UFC, dass es nicht einfachen Fights gibt. Es ist ein guter, schwerer Fights. Das sind die kinder Fights, die ich möchte. Du bist bekannt für deine Wettbewerbs. Du denkst, dass es ein Fights toe-to-toe wird? Ja, ich denke, es wird ein guter Fights. Ich denke, wir gehen toe-to-toe für ein bisschen. Aber ich denke, er wird starten und mixen. Niemand will wirklich mit mir bleiben. Aber ich denke, overall, es wird ein guter Fights. Und ich werde versuchen, zu gewinnen. In der Dokumentarie, du sagst, dass du schlafen hast. Du sagst, dass du schlafen hast. Alle wissen, dass du über die Silvestre und so. Was das jetzt auf dich schlafen? Du schlauchst hier in Europa? In einem anderen Zeitpunkt? Oh, nicht wirklich. Ich denke, einfach nicht. Ich habe viele, 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 ich schlafen. Es ist ein 15-minutes Fights. Ich versuche nicht zu überkomplikieren. 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 War es ein sehr schweres Gefühl, dass du nicht in Japan konntest? Alle wissen, dass du in Japan bist. Es wäre perfekt. Ja, es wäre schön. Aber es war nicht so. Ich habe keine Chance in Tokio zu kämpfen. Es passiert. Aber wenn sie gesagt haben, Stockholm, Schweden. Ich habe gedacht, wann werde ich die Chance in Stockholm gehen? Wenn es nicht für kämpft. Meine Freundin ist hier. Sie wird sich überraschieren. Wenn deine Karriere kämpft, andere Dinge wie das, und die Möglichkeit, andere Dinge zu sehen, andere Kulturen, das ist spannend. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich würde gerne fragen, ob Sie eine Prediktion für die Fights? Wie wird die Fights enden? Die Fights enden mit einem 1- oder 2-Round. Vielen Dank für Ihre Zeit.